Um die AR-Kamera zu kalibrieren, fahren Sie mit dem Fahrzeug auf den Scheinwerfer-Einstellplatz. Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrzeug entsprechend der Markierungen ausrichten. Verbinden Sie nun das Fahrzeug mit dem Diagnosesystem. Im Reiter Anpassungen des Steuergeräts unter Einlernvorgänge finden Sie die Kalibrierung. Beachten Sie die angezeigten Voraussetzungen und Anweisungen für den Test. Stellen Sie sicher, dass alle Reifen ihren vorgegebenen Luftdruck haben. Achten Sie außerdem darauf, dass die Windschutzscheibe vor der Kamera nicht verdreckt ist. Rollen Sie nun mit dem Fahrzeug so nah wie möglich an die Säule des Scheinwerfer-Einstellgeräts. Befestigen Sie die Kalibrierhilfe an der Säule. Dabei sollte sich das Fadenkreuz in der Mitte auf einer Höhe von 1275 mm befinden und horizontal ausgerichtet sein. Achten Sie außerdem darauf, dass sich die Tafel vom Hintergrund farblich abhebt. Starten Sie nun den Motor. Kalibrieren Sie mit Hilfe des Diagnosesystems die AR-Kamera. Falls die Kalibrierung nicht erfolgreich war, beachten Sie die entsprechenden Hinweise und wiederholen den Vorgang. War die Kalibrierung erfolgreich, sind die Arbeiten abgeschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020